Schönen guten Hallo, ich bin Adi. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Was ich machen soll, darf ich nicht sagen. Wer mich geschickt hat, darf ich nicht sagen. Aber ich kann es euch zeigen. Ich habe einen Auftrag für euch und ihr müsst für mich einen Boss beseitigen. Er befindet sich in Krohls Unterschlupf und hat zu viele Schulden offen. Ja, geht klar, aber was heißt euch? Ich mache das allein. Dich wird mein treuer Diener Kritzl-Fritzel begleiten. Er muss mal wieder in die frische Luft, nachdem ich ihn nach seiner Bestrafung ein Jahr im Wäschetrockner vergessen habe. Gibt es sonst noch Fragen? Keine weiteren Fragen, Meister! Wo müssen wir hin? Zu Krohl. Okay! Was bekommst du dafür? Sag ich nicht. Okay! Warum stinkst du so nach Schiff? Halt's Maul, wir sind gleich da. Du wartest hier draußen und ich gehe... Na gut, der wird bestimmt eh gefressen. Da ist er also. Gut, dass der Wichtel nicht mehr da ist. Er würde nur unnötig schlafen... Ich habe ihn! Schnell werfen, Pokéball, bevor er flieht! Du hast mich enttäuscht. Du hast meinen besten Diener dabei gehabt und trotzdem schaffst du es nicht, einen einfachen Auftrag zu erledigen. Komm, gib mir noch eine Chance, nur lass mich diesmal alleine gehen. Na gut, ich gebe dir noch eine Chance. Aber ich lasse dich nicht alleine hier gehen. Hier, nimm meinen Hund, Sir, Wuffalot, mit. So, da bin ich wieder. Krul ist vor mir und die Töhle habe ich draußen angeleitet. Jetzt muss ich nur noch... Lass mich das alleine machen und ich bringe dir Kruls Kopf. Ganz einfach. Was heißt hier Kopf? Er soll nur aus der Höhle raus. Oh. Es zahlt schon seit Monaten keine Miete mehr. Egal, dann regle ich das anders. Du hast mich dennoch sehr enttäuscht. Wenn du nicht als Hundefutter enden willst, solltest du den folgenden Auftrag nicht vermasseln. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Und vergesst den Rand nicht zu putzen.